Wir haben heute gemacht. Erstmal elastisches, dynamisches Laufen. Wir bauen Energie auf, wir bauen Energie auf, folgenden Gegenwiderstand, strecken dann, stretching, stretching, stretching und dann will ich laufen, aber jemand hält meinen Fuß fest und dann, aufbauen von Energie, von Tension, aufbauen, aufbauen, hier Widerstand, hier richtig Spannung und dann, dann haben wir trainiert, vorwärts und schon, aber so eine, wo man hier oben so richtig das langzieht. Wir sind auf eine Linie und lang hoch. Die bleiben dabei verbunden, auf eine Linie und lang hoch. Auf eine Linie und hoch. Dann Parada, Ocho und in die Kolgarne. Ein Schritt, drehen und Kolgarne. Hallo, hallo. Hier sieht man, wie du immer tanzt. Das ist ganz nett. Und als letztes haben wir gemacht, Kolgarne und drehen in die Rückgrösserutsche. Vielen Dank für eure Energie, für die heutige Klasse. Vielen Dank. Vielen Dank.